The New Era of Kitchen Style, Hausmesse 2024 bei Neute Küchen. Was unsere Gäste davon halten, das hören wir uns jetzt mal an. Hi ihr beiden, ich habe einmal zwei Fragen an euch und die erste Frage ist, was hast du dir unter New Era of Kitchen Style vorgestellt? Neue Fronten, neue Tiefen, neue Arbeitsplatten, einfach was ganz Individuelles. Super, vielen Dank dir und eine Frage an dich, was hast du vom heutigen Tag erwartet? Ich habe viele coole, spannende, neue Küchen erwartet und meine Erwartung wurde übertroffen, das ist wirklich mega hier. Das freut mich, ich danke euch beiden und wünsche euch noch ganz viel Spaß. Hi, was haltet ihr von The New Era of Kitchen Style? Also ich finde das Produkt gut, weil wir haben damals, wo wir die Küche vor fünf Jahren geplant haben, war die Höhe 90 Zentimeter, war für uns eigentlich Maß geben, weil es darunter gar nicht ging, weil ich zu groß bin und das ist halt echt spitze. Vielen Dank für dein Feedback und jetzt habe ich noch eine Frage an dich, was hast du denn vom heutigen Tag erwartet? Ja, ich habe natürlich erwartet, dass es hier wieder sensationelle Neuheiten gibt und ich wurde natürlich nicht enttäuscht. Ich bin super in love und am liebsten würde ich mindestens fünf neue Küchen kaufen. Sehr schön, vielen Dank euch beiden. Hi ihr beiden, ich habe mal zwei Fragen an euch. Einmal, was haltet ihr vom Thema New Era of Kitchen Style? Mega cool, super innovativ, was ganz neues und sehr individuell gestaltbar. Vielen Dank und jetzt eine Frage an dich, was hast du vom heutigen Tag erwartet? Also eigentlich hatte ich keine Vorstellung in irgendeiner Form. Was habe ich erwartet? Also auf jeden Fall sind die Erwartungen mehr als übertroffen worden. Es ist wirklich mega mega cool, was ihr aufgezogen habt. Die Wertigkeit, nicht nur die Küchen, sondern das ganze drum herum. Großen Respekt, wir haben richtig Spaß hier. Vielen Dank euch beiden, ich wünsche euch noch einen ganz tollen Abend, genießt es und bis bald. The New Era of Kitchen Style kommt bei unseren Gästen richtig gut an und wenn auch du das Plus an Möglichkeiten erleben wirst, dann kommt gerne unserem Neute Forum vorbei.